Ich weiß ja leider, also SimCity ist ja so ein Spiel, da kann man ja doch ganz schnell ganz viel aufnehmen und ohne wirklich viel gemacht zu haben. Gott, ja, wo ich mir überlege, denn als ich das erste Mal jetzt das SimCity gespielt habe, hei, der Witz kam. Irgendwann so abends, so, gekauft, installiert, oh, Updates, so, mit meiner kleinen Popelleitung DSL 2000. Irgendwann stand dann bei euch drin und die Updates sind fertig, das hat mich gefreut und ich startete das Spiel, es müssen Updates installiert werden. Ah, ich bin fast hochgegangen. Da war es irgendwie so kurz vor elf oder so, da war es dann fertig mit den ganzen Updates, ich habe gedacht, okay, jetzt willst du es zumindest einmal angemacht haben. Nur für einen Moment möchtest du das Spiel spielen. Ja, aus dem einen Moment wurde dann irgendwie drei Uhr morgens. Ah, so war es bisher eigentlich immer, dass ich da angefangen habe zu spielen, gedacht habe, jetzt spielst du immer ein Stündchen, hast du heute mal Zeit und am Ende, oh, verdammt. Oh, es ist zu früh am Morgen und du musst bald wieder raus. Und nur, wie gesagt, es würde mich auf jeden Fall ratzen, wenn es klappt, das ist halt die Voraussetzung, dass es dann wirklich klappt, die Stadt nochmal kurz zu wieder beleben, dass sich die Spendengelder da ankommen. Und dann versuchen, sie aus der Pleite rauszuziehen. Wir haben immerhin drei große Kredite, die laufen, die bezahlt werden müssen, das ist keine leichte Aufgabe, würde ich sagen. Aber wäre bestimmt ganz lustig. So, chop, chop, chop. Ah, eine halbe Stunde nehme ich schon wieder auf, wunderbar. Ja, meine momentan am besten laufenden Projekte, Don't Starve und Crysis 3 Multiplayer. Ja. Misere, Misere. Korpa Misera oder was? Ne, keine Ahnung. Na ja, zumindest läuft Don't Starve jetzt im Moment stabil. Ich glaube, wenn jetzt heute bei der Aufgabe wiedergekommen wäre, hey, ihr Spielstand ist defekt. Ich glaube, dann hätte ich wirklich erst mal eine Pause ausgerufen, dann hätte ich wirklich gesagt, okay, meine Freunde, tut mir leid, ich habe jetzt immer für mindestens zwei, drei Wochen die Nase voll davon und hoffe, dass er mit den nächsten Patches beobachtet wird. Aber, oh, weil ja, der nächste Patch kommt, glaube ich, in zwei Tagen, habe ich eben gesehen beim Starten. Drückt den Daumen, drückt den Daumen, dass dann nicht wieder ein neues Problem kommt. Wir sind ja wirklich Problem geprüft hier mit Don't Starve und das muss nicht sein. Oh, nicht den Pilz, den Baum will ich. Das ist noch kein Baum aufgestellten, das wollen wir auch und wir rumen hier noch keine Bäume bei uns. Den Geklänster, man hat mich jetzt noch mehr. Warum bündel ich die eigentlich nicht aus? Kann mir das einer verraten von euch? Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin ja gespannt, ob es dann noch so der ein oder andere Stimme geben wird, ob wir mit Rills nochmal eine Runde spielen, komplett bis er starft oder stirbt. Oder ob wir dann wirklich das Zelt nutzen und dann, glaube ich, auch diese nette, alte, streng wirkende Bibliothekare mit dort übergehen. Und dann, entscheidet mit. Wir sind ein paar Tage, also diese Aufnahme durch, jetzt diese Folgen, werde ich das dann noch laufen lassen. Sollte es bis dahin immer noch keine Resonanz gegeben haben von euch, was ich dann sehr bedauern würde, ändern könnte ich es natürlich auch nicht. Aber dann werde ich wohl es noch gut düngen machen und so, wie es mir in den Kram kommt. Und ich hoffe, dass es euch das dann zusagt. Wenn ihr mitbestimmen wollt, wie gesagt, einfach sagen. Wilson oder Madame Dutt. Keine Ahnung, wie so heißt. Wir könnten, ich hätte auch die Überlegung, ob ich jetzt vielleicht mit Wilson, sagen wir mal, 20 Tage spiele und dann das Zelt mache und auf den nächsten Charakter umwechsel. Und dann wieder nach 20 Tagen mit dem Tent auf den nächsten Charakter, die jetzt dann noch über sind. Beziehungsweise ich glaube, das ist ja die letzte, die momentan noch verfügbar ist für uns. Ja, muss man dann schauen, muss man dann schauen. Apropos, ja genau, ihr Hasis seid immer noch etwas zu intelligent, ne? Das war ja der Grund, warum ich dann mehr oder weniger, äh, äh, die Wahl zwischen verhungern und... Wir hauen ein Freund ein Schwein. Hatte, denn sonst wären wir, glaube ich, ja alleine da schon akkurat dran verhungert. Und ich weiß nicht, ob ich diese Büsche hier mitnehmen kann. Habe ich da einen Hund gehört? Ich hoffe nicht. Pick a Berry Bush. So, nehmen wir da drei hier mal mit. Wir hatten ja genug davon. So, den nehmen wir auch noch mit. Yeah. Ach, Herrgottchen, wir sind voll. Hier, komm. Machen wir so rum. Und machen wir so rum. Und machen wir so. Ja, ich muss unbedingt anfangen mal zu planten. Und auch Bäume, also Bäume und alles, dass wir da oben richtig schönes kleines Lager unser eigen nennen können. Vielleicht auch mal ein Mäuerchen bauen, damit wir mal von den neuen Features was ausprobieren. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal ordentlich hier Kram gesammelt, dass wir dann da oben alles haben, was wir benötigen. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich auch nochmal Dünger sammeln. Gehen. Muss mal schauen. Eine kleine Aufnahmepause werde ich dann aber gleich mal machen. Muss nach meinem guten Ofen nochmal gucken, dass er weiter brennt. Das habe ich heute erst angemacht. Vor noch nicht allzu langer Zeit. Wollen wir mal, dann geht es auf jeden Fall noch weiter. Für heute noch ein bisschen hier Downstuff aufnehmen. Ich hoffe zumindest, dass ich es schaffen werde zeitlich. Das wird nämlich ein kleines bisschen eng. Und dann mal gucken. Eigentlich wollte ich heute auch noch Far Cry 3 eine Runde aufnehmen. Wird wohl nicht mehr dazu kommen. Bin zum Glück nächste Woche safe, was Folgen angeht. Aber dann wird es auch schon wieder langsam Zeit, dass Nachschub rantrudelt. Und ich möchte das Spiel ganz gerne ein bisschen vorantreiben. Ah, okay, jetzt laufen wir mal schnell nach Hause. Wir sind ja nah dran. Denn ich sage mal so, wenn ich so ein Projekt möglichst schnell aufgenommen bekomme, ist dann zwar etwas schade, wenn zum Beispiel dann von euch Tipps oder so kommen, ist es meistens zu spät. Ah ja gut, ich muss halt viel Vorrat aufnehmen. Da komme ich leider nicht drum herum. Also wie gesagt, ich muss ja mal so ein bisschen Vorrat aufnehmen und wegen der Möglichkeit des Hochladens am Ort meines täglich Wirkens ist das halt dann so, leider. Zack, 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 zack. Wunderbar. Theoretisch können wir auch mal sagen, hey komm, schlaf. Schlaf, Schlaf, Wilzen, Schlaf. Ah, das ist ja zum Beispiel so, bei Entner bricht aus. Da bin ich inzwischen, ich glaube, da bin ich die nächsten zwei Wochen sogar noch safe, was die Aufnahme angeht. Möchte es aber auch gerne so langsam zu Ende bringen, weil das Spiel einfach so unheimlich Spaß macht. Das ist so ein ganz großes Problem, was ich mal beim Aufnehmen habe von so normalen Solo-Player-Kampagnen und so weiter, die jetzt wirklich ein Ziel auch haben. Äh, da ist juckt. Ich will da eigentlich immer aufnehmen, 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 weil ich die Spiele auch durchspielen möchte, weil es einfach so einen unheimlichen Spaß macht. Und meistens muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht zu viel aufnehme, dass ich dann so schon, wer weiß wie lange im Voraus alles habe. Ist ja auch immer so ein bisschen dumm. Ach ja, let's playen. Das Hobby so viel Spaß macht. Es hat auch ein paar Schwierigkeiten, mit denen man das mal umgehen muss. Aber es ist ein gutes Training. Also, Tagesrhythmusplan und so weiter und so fort. Termine sich selbst setzen. Hey, dann musst du aufnehmen, weil dann und dann brauchst du das wieder. Es macht alles viel Spaß. Hier oben kommt alles Quatscher hin. Äh, nee, Quatsch. Ja, so Futterversorgung. So, Bären. Hier, machen wir mal hier da. Bärchen. Ja, die müssen dann noch gedüngt werden. Alles klar. Machen wir auch. Haben wir ja noch so ein bisschen. Und das liebe Gras. Ich glaube, erst mal werde ich da noch die jetzt hier noch irgendwo hinsetzen. Ah, wo machen wir das denn mal? Ah ja, hier haben wir doch schon. Hier haben wir einen. Dann machen wir hier so in der Reihe und Glied. Na, nicht wegwerfen. So, hier, komm. Zack. 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 Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind in einer Reihe. Aber in Ordnung. Passt schon. Renn hier mal wieder hoch, willst du? Genau. Renn hier mal wieder hoch. Zack, zack. Einer muss da noch zwischen. Einer müsste da auch noch zwischen. Einer müsste da noch. Renn hier пош so meine Seeds ich brauche die, sonst verhungrig apropos Hunger oh wei, oh wei, oh wei, oh wei das wird langsam wieder arg eng wir haben hier unten ja noch Beerenbüsche, ich glaube die holen wir uns auch noch gleich da haben wir zwei hier noch da können wir hier noch so ein bisschen erkunden da unten sehe ich auch noch einen bringt auf jeden Fall auch wieder Essen und wir brauchen bald einen Rasierer verdammt, ich wollte ja noch mehr pflanzen äh ich glaube den Tag müssen wir hier irgendwie hier oben rum bringen ne, komm, komm, komm komm hier, Store erstmal alles weg, was keine Miete zahlt naja, komm, das Brett brauchen wir unterwegs auch nicht oh, jetzt komm oh, wie geht's das war jetzt noch ordentlich hier unten was einsammeln äh, Froschenke will ich nicht die schmecken mir nicht äh, weiß ich leider nicht was meine Teil-Foff äh, Vorfahren an Froschenkeln so finden also die Franzosen ähm was brummt hier so ich weiß es nicht und ich glaube ich will es nicht wissen ich hoffe es sind die Kröten ha, Musik endlich wieder Musik schön zack, den nehmen wir natürlich auch mit zack und schock also Stockchen haben wir dann glaube ich auch lange da oben mehr oder weniger genug dann oh Gott ja, in den ganzen Büschen ist noch nichts dran aber da sind wir ein Möhrchen das nehmen wir auf jeden Fall mit und meine Nase juckt schon wieder und ich muss ja auch gleich wieder putzen bäh also erstmal gucken da müssen wir hin zum nächsten Busch den wir schon in der Ferne erspäht haben das nehmen wir natürlich auch mit Essen, Essen, Essen ist gut ist wichtig brauchen wir so zack zack Möhrchen Möhrchen so in der Zeit putze ich die Nase ah so dann kann ich noch gleich einen Schluck trinken ah beim Tee wird nämlich schon ein bisschen kalt ei jetzt ist er kaputt gut dann hauen wir uns aber gleich was vielleicht für freie Nase rein der Freund des Fischers mhm dem 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 ach ja trinken, essen, Nase putzen alles im Let's Play und professional Let's Play yeah ja gut solche Freiheiten die gönne ich mir dann mal ganz damit ganz ehrlich und ja haben wir eigentlich noch ein Hackebein nö haben wir anscheinend nicht ich seh kann's ne ich seh kann's äh machen wir mal so äh dann machen wir mal so und so und so ja 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 ist gut komm wunderbar ne ich das Blümchen hier ist noch so viel zu essen das nehmen wir alles noch schön mit äh natürlich nehmen wir auch Gras mit und ein paar hierfür können wir auch nochmal einstecken zack und zack ha bisher läuft's ja mit Filzen einigermaßen brauchbar aber man möchte ja die Nacht nicht vor dem Morgen loben es wundert mich mich schon dass wir noch keine Hunde oder so als Gegner gehabt haben da bin ich ganz ehrlich ich glaube hier könnten wir übernachten ja hier sieht gut aus machen wir uns ein kleines Lagerfeuerchen so dann nehme ich schon mal die und hoffe dass sie friedlich sind nicht aufstehen nicht aufstehen böses Bäumchen bist du dann gutes Bäumchen braves Bäumchen hier der Scheiter hat gezittert der hat Angst vor uns siehste Bäumchen das ist die Belohnung dafür und dank ist der Welten Hackebeil äh was keine Ahnung einsammeln ja das heißt wenn wir jetzt wieder dann hoch in unserem Heime sind werden wir erstmal Bäume dort aufpflanzen A möchte ich dort eine Ecke haben zur Kohleproduktion B halt auch um Holz dort kriegen zu können und der ganze Rest muss dann äh geplättet werden den wir noch so haben so guck Kohle müssen wir hier haben damit wir dann einen Kochtopf machen können und so weiter und so fort auch als Brennmaterial für unsere Lagerfeuer wenn benötigt ist es gut so da geht noch wunderbar gute Nacht und einen wunderschönen guten Morgen und genau jetzt werde ich eine kleine Aufnahmepause machen äh so viel vielen Dank fürs Zuschauen und Einschalten ich hoffe es hat euch gefallen ich esse ja erstmal was ähm wir sehen uns dann gleich wieder beziehungsweise in der nächsten Folge tschö